Musik Zum ersten Mal in der Geschichte der Cibotop Radliga fand ein Bewerb in Slowenien mit Start in Kroatien statt. Mit der dritten Auflage des UIC 1.2 Rennens Zake Bleibach feiert die größte österreichische Radliga auch eine Premiere in der Europatour. Erstens einmal sind wir wie heuer schon die ganze Saison mit ein paar Absagen konfrontiert gewesen aus organisatorischen Gründen. Und da hatten wir schon relativ zeitig mit Bogdan Fink, dem Chef von Adria Mobil, einen Kontakt gefunden. Und ja, hat sich ergeben, dass wir ein internationales Rennen dazubekommen in die Cibotop Radliga, das ich natürlich gerne zugestimmt habe. Der Sponsor war auch begeistert. Direktor Mayer hat gesagt, super, ich habe Cibotop Filialen in Ljubljana. Und somit hat das gepasst. Und da haben wir natürlich nicht lange gezögert, sondern gleich dem Rennen zugestimmt. Und ich denke, wenn man sich so das Ambiente anschaut, ist das ein absoluter Gewinn. Wenn man von einer Hauptstadt, Zagreb, kroatische Hauptstadt, in die nächste Hauptstadt, nach Ljubljana, Hauptstadt von Slowenien fährt. Bürokratie und Uniformierte können eine grenzüberschreitende Veranstaltung zum Nervenkitzel machen. Ja, wir haben schon natürlich bei den Grenzkontrollen, wir sind gestern, vorgestern hergefahren, hatten wir natürlich auch Grenzkontrollen. Und wir hatten heute in der Früh ein kleineres Problem zu lösen mit unserem Funkimport. War auch eine Herausforderung, nachdem der Grenzposten gemeint hat, ja, ohne Kanähe kommt er mit den Funkgeräten nicht rein. Konnte natürlich unser Freund Bogdan Fink, und er hatte das mit allerhöchster Stelle in Kroatien geregelt. Und er durfte dann rechtzeitig hier erscheinen und konnte auch alle Funkgeräte und Radiotour überall montieren. Und so steht ein gutes Rennen hoffentlich bevor. Und wie sehen die Fahrer diesen Abstecher in den Süden? Ja, es ist natürlich schwer. Normal, sage ich einmal, ist meine Meinung, dass vielleicht die Chibotop Radleger nach Österreich gehört. Auf der anderen Seite für die jungen Fahrer ist es sicher eine interessante Sache, wenn man ein internationales Rennen hernimmt. Als Chibotop Radlegerinnen und, ja, es wird sicher schwer und schnell. Es ist eine gute Konkurrenz am Start. Extrem viele Mannschaften aus dem Ausland. Und ich glaube, dass das sicher eine richtig schnelle, wilde Partie wird. Ja, also an und für sich, wir hoffen unser interessantes Rennen. Schauen natürlich, dass wir mannschaftlich so lange wie möglich geschlossen bleiben. Die ersten 100 Kilometer sind relativ flach. Da wird sicher versuchen, eine Gruppe zu gehen. Da wollen wir natürlich wen drinnen haben. Ja, zum Schluss, an und für sich, 190 Kilometer ist ein langes Rennen. Auch für uns, vor allem gerade für die jungen Burschen. Ja, mit einem knackigen Schlussanstieg. Und da muss dann jeder das Beste draus machen. Der U23-Fahrer Matthias Gritzek zeigte bei seinem ersten Auftritt in der Chibotop Radleger, dass er vorne mitmischen kann. Also bei der Burgenland-Rundfahrt ist es wirklich sehr gut gegangen. Die Form passt. Und ja, auf das kann ich noch aufbauen und hoffe, dass heute etwas gelingt. Einer, der die Strecke bereits teilweise kennt, ist Stefan Rucker. Im Prinzip ganz normales Rennen wie jedes andere. Für uns steuerere im Endeffekt nähere Anreise, als wenn es ein Vorratwerk gewesen wäre. Also von dem her eigentlich nichts anderes. Ich war ein bisschen im Vorteil, ich kenne die Strecken. Vorher als der Slowenien-Rundfahrt war das letzte Drittel von der Strecke ziemlich gleich. Von dem her zu entlauf, kenne ich. Ob es mir was bringen wird, werden wir sehen. Ladies and gentlemen, this is the start of the international race from Zagreb to Ljubljana. All the guys will rise safely. Die 187,5 Kilometer lange Strecke führte quer durch Zagreb Richtung Slowenien. In der ersten Stunde des Rennens lag die Durchschnittsgeschwindigkeit bei 50 kmh. Der Kroate Marco Ivancic versuchte eine Soloflucht, setzte sich sogar zweieinhalb Minuten vor das Feld. In der Ergebnisliste scheinte er jedoch nicht mehr auf. Alle weiteren Ausflüge wurden durch das hohe Tempo des Felds unterbunden. Nur bei der Bergwertung versuchten sich vier Fahrer aus den kroatischen und slowenischen Profimannschaften vom Feld abzusetzen. Jedoch mehr als 40 Sekunden ließ die Mannschaft Adria Mobil, welche das Tempo im Hauptfeld bestimmte, nicht zu. 20 Kilometer vor Ljubljana ging es dann geschlossen Richtung Ziel. Die slowenische Polizistin, welche hinter dem Schlusswagen fuhr, hatte leider zu Rennbeginn beschlossen, dass das Rennen nicht gefilmt werden darf und blockierte das begleitende Kamerateam. So konnten wir nur mehr die Rennstrecke weitläufig umfahren und auf die Zieleinfahrt auf der Burg in Laibach warten. Stefan Rucker von Rapsok-Nittelfeld schildert das Rennen aus seiner Sicht. Ja, also zuerst einmal ein wahnsinnig schnelles Rennen, vom Start weg. Also Adria Mobil und Perotino haben nie Gruppen weglassen eigentlich, ist ständig attackiert worden. Sonst war das Rennen eigentlich wirklich schöner Kurs. Durchs Tempo ist er dann auch recht selektiv geworden. Also wenn langsamer gefahren wäre, werden wahrscheinlich noch mehr Leute herkommen. Im Finale war es dann ein bisschen chaotisch, aber im Endeffekt, darauf ist eh, da entscheiden die Beine dann eigentlich. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 46 kmh ging es dann zum letzten Anstieg Richtung Ziel. Hier zog sich das Feld etwas auseinander. Josef Benetseder hatte seine Kraftreserven gut eingeteilt und sprintete auf den letzten Metern noch an den Führenden heran. Für den Sieg fehlte ihm dann leider noch eine Radlänge. Komisch, weil so kann man so richtig wussten, wie das Rennen halt ist. Und zwar war es von Anfang an schnell. Die Slowenien haben es sehr schnell gemacht, aber wir haben es mannschaftlich sehr gut angelegt. Und ich möchte mich noch bei der Mannschaft bedanken. Der zweite Platz gehörte in den Team und die haben mich super unterstützt. Und ohne Team war ich halt sicher nicht zweiter. Benetseder konnte somit seinen Vorsprung in der Ciboto-Bratliga weiter ausbauen. Auch für Georg Breidler lief es wieder sehr gut. Gut, er konnte seine Führung in der U23 mit dem 13. Platz und 12-Sekunden-Rückstand auf den ersten verteidigen. Sehr schnell, sehr schnell. Aber es war wieder sehr heiß, sehr schnelles Rennen. Die Slowenen sind eigentlich alles von vorne gefahren. Dadurch haben wir eigentlich kräftig sparen können. Und zum Schluss ist es relativ gut gegangen. In der Mannschaftswertung hat sich vorne nichts geändert. In der Einzelwertung hat nun Breidler Sokol überholt. In den vorderen Rängen blieb alles beim Alten. Am 12. September macht die Ciboto-Bratliga in Schwarz in die Rollstation.